Bluetooth Waage Score lässt sich über Bluetooth mit einer Nährwertanalyse-App verbinden. Individuelle Daten zur Person und Kalorienanzahl können über das Profil individuell hinterlegt werden. Sobald die Waage angeschaltet wird, verbindet sie sich automatisch mit der App, wenn am Handy die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Die Tara-Funktion kann entweder über die Waage oder über die App ausgewählt werden. Wünschte Lebensmittel einwiegen und anschließend in der von GEFU mitentwickelten Lebensmitteldatenbank in der App Suchen und Auswählen. Über den Button Neu einwiegen kann das gewogene und ausgewählte Lebensmittel gespeichert werden. Lebensmittel können in der Datenbank entweder über die einzelnen Kategorien gesucht werden oder direkt über die allgemeine Suche oben in der Leiste mit der Lupe. Nun können alle gewünschten Lebensmittel nacheinander eingewogen und in der Lebensmitteldatenbank ausgewählt und gespeichert werden. Die Lebensmittel können natürlich auch erst in der Datenbank ausgewählt und dann gewogen werden. Mit der Auswahl der Lebensmittel werden neben den Kilokalorien auch umfangreiche Informationen über die enthaltenen Nährwerte gegeben. In dem gelben Balken sieht man das ausgesuchte Lebensmittel und darüber die dazugehörigen Nährwertangaben. Wenn alle Lebensmittel gewogen und gespeichert wurden, können sie gesammelt über Eingaben in das Tagebuch verschoben werden. Das Tagebuch sammelt alle notierten Lebensmittelaufnahmen und verschafft einen dauerhaften Ernährungsüberblick. Dieser Überblick kann Tage, Wochen oder monatsweise überblickt werden. Die Waage bietet eine sehr einfache Möglichkeit, auf seine Ernährung zu achten und viele Informationen über die Nährwerte seiner Lebensmittel zu erhalten. Selbstverständlich kann die Waage aber auch unabhängig von der App genutzt werden.